Hallo, willkommen zu unserer Art neuen wohnung zum neuen leben also eigentlich dürfen wir hier keine probleme haben was das die wohnung ist eigentlich richtig durchflutet aber ja das ist erstmal unser empfangstisch empfangstisch doch diese qualität wollen wir qualität testen ja stabiler ist okay wo fangen wir an wir drehen heute unsere wohnungstor ab was geht hi wir haben auch so hier eine komode oder was auch mal sein sollte wir sind nach istanbul gezogen haben alles liegen und stehen lassen in deutschland unser unser haus wird auch bald verkauft das haus das schon über 1,6 millionen aufgefunden glaube ich hat ich weiß es nicht das haus das von so gut wie jeden geliebt worden ist kommt bald weg aber wir freuen uns also wir sind gar nicht traurig was das angeht wir freuen uns gerade auf diese wohnung und sind schon gespannt dass wir alles hier zeigen weil für diejenigen die das auch noch nicht wissen sorry dass ich unterbrochen habe eigentlich haben wir diese ganzen möbel die hier sehen werdet für das haus in deutschland anfertigen lassen da wir uns entschieden haben dass wir hierhin kommen haben wir gesagt nee alles stoppt jetzt damals wir möchten unsere wohnung hier mit dem einrichten das ist eine mietwohnung aber die möbel wir haben zwei licht aber wenn man gegen das licht filmt dann hat man schon probleme das ist unsere küche ist cute wir brauchen noch einen kühlschrank den haben wir noch nicht den müssen wir noch bestellen wir haben direkt eine mikrowelle hier ich habe ich war erst mal traurig weil ich gar nicht an unsere mikrowelle in deutschland gedacht hab ich so scheiße hier passt auch alles rein das war eigentlich für unseren essbereich in unserem alten haus das haben wir jetzt einfach hier reingestellt unsere neue küche die wir angefertigt haben muss leider erstmal noch im lager bleiben weil die passt hier nicht rein und das sollten eigentlich die hocker für unsere küche sein deshalb stehen wir hier auch ja aber diese hocker genießen gerade die aussicht hier so let's go das ist halt alles improvisiert leute also ihr müsst wissen alles war perfekt abgestimmt für unser haus aber hier musste richtig improvisiert werden aber die haben es trotzdem wirklich gut drin bekommen ein paar möbel fehlen sogar ich zeige euch das mal Leute die möbel passen einfach perfekt auch in diese wohnung diese möbel sind eigentlich wie gemacht für diese wohnung finde ich wir haben überall fast drei meter deckenhöhe richtig geil überall bodenlange fenster und eine wunderschöne aussicht die zeige ich euch gleich Marmor echtes Marmor ich mach alle Beweise das sieht so schön aus hier sollte eigentlich noch ein Spiegel dran kommen aber die meinten das sah nicht so gut aus aber wir gucken noch mal ich will den Spiegel hier so das ist unser Essbereich auch ein 2,30 Meter glaube ich langer Esstisch mit sehr coolen Stühlen diese Stühle sind so schwer wie ein Sofa aber egal sieht richtig süß aus das haben unsere Freunde auch gestern hingestellt richtig cute alle Möbelstücke sind Maßanfertigung also die wurden extra für uns so designt und erstellt ich glaube nichts wurde einfach fertig gekauft wir haben ja die Stoffe sogar selber ausgesucht wir sind nicht irgendwo hingegangen und haben gesagt der Tisch sieht gut aus wir wollen den haben sondern alles wurde von Designern innen Architekten Designern erstellt vor allem dieser Stoffe der ist so schön diese Lampe sieht auch richtig krass aus die Lampe ist so schön die Lampe ist so schön so Leute hier ist unsere Chill Ecke und hier ist unsere wie soll ich sagen wir sitzen leider am falschen Stadion wir sind Besiktas Fans aber sitzen hier im Galat 3 Stadion also wir sind benachbart seht ihr das Stadion von Galat 3 Rams Park man sieht auch etwas rein wenn hier Spiele stattfinden wird wahrscheinlich voll die krasse Atmosphäre sein also hier sieht man dann die Zuschauer so ein bisschen hier fährt der Bus rein und allgemein hier wird voll die krasse Stimmung geben meinte Beito auf jeden Fall krass wir hatten heute auch Elektriker da weil wir ein Problem hatten mit dem Licht die sind direkt gekommen das liebe ich in der Türkei hier so Entschuldigung wir haben kein warmes Wasser in Deutschland wäre es so abgelaufen wir rufen beim Elektriker und sagen hey wir haben ein Problem die sagen wir sind leider voll erst ab Oktober hätten wir was frei dann ist aber ein Notfall dann sagen ah Notfälle kosten aber schon extrem ja in der Türkei läuft alles Chipschak wir mussten auch nichts zahlen weil es zu der Wohnung gehört ja ist auch voll genau der Tisch ist auch unnormal schön man sieht auch schon Fingerabdrücke von Aja ist aber egal aber egal ah diese Sätze sollten eigentlich zu uns ins Büro aber die haben sich hier einen Platz gemacht jetzt kommen wir zum Wohnzimmer im Wohnzimmer fehlen noch einige Dinge und zwar der Fernseher unsere Umzugsfirma war ja noch nicht da die kommen erst mal eineinhalb Wochen und der Couchtisch der Couchtisch den wir extra anfettigen lassen haben ist viel zu groß für diesen Bereich deshalb sind wir erstmal ohne Couchtisch Leute diese Couch ist so bequem ja ah noch eine Sache wir haben eigentlich noch eine zweite Couch gehabt für unser Haus aber diese Couch hat hier leider auch nicht reingepasst das sind so drei Teile dann hatten wir noch eins mit zwei glaube ich oder nochmal eine mit drei aber das wäre hier einfach viel zu groß hätte alles zu gemacht deswegen steht das unten im Lager ja es ist einfach wirklich mitgelebt ich würde mich nicht mehr schaffen also ich lieb es auch hier diese Sessel der Teppich wir haben hier so einen Beistelltisch sehr schön etwas ganz besonderes Leute guck mal wie das aussieht einfach das ist so zum Getränke-Dings eigentlich man fährt das so ja ne ja ich fand den Teppich gestern so schön ich hab ihn sogar draufgelegt der ist richtig cute wir haben sogar hier so Teppiche die noch nicht ausgerollt sind wir machen hier so einen Puffer 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 Qualitätscheck wir standen so harte schnell unsere Freunde warten Leute kommt kommt Leute das ist ein richtig krasses Zimmer geworden einfach einer meiner Lieblingsstücke hier im Haus hier das Highlight des Zimmers wir haben einfach so einen Automatik-OK Tisch du schmeißt alle Steine rein der mischt die holt die raus du musst gar nichts machen richtig geil Leute also man sieht das gerade nicht wegen dem Licht aber die Aussicht ist mega krass Leute Ayaz hat die ganze Zeit schon da rumgedrückt und deswegen irgendwie funktioniert es nicht mehr aber wir kriegen es hin wir kriegen es wieder hin Ayaz so dann drehe ich mich hier einmal um genau wir haben hier so ein Daybed das ist halt der Hobbyraum das Hobbyzimmer hier fehlt auch wieder ein Fernseher wird noch kommen und eigentlich war er viel länger Leute das war gedacht für unser Wolkenzimmer wisst ihr noch wo an der Decke diese ganzen Wolken waren unten im Zimmer das war eigentlich dafür gedacht und das war nochmal ein Stück länger also diese Seite gab es auf der anderen Seite nur nochmal mit diesem Stück hier das kommt eigentlich hier noch dran aber für dieses Zimmer dann war es viel zu groß deswegen haben die ja ein bisschen improvisiert und hier das Ding abgehackt ja auf jeden Fall sieht das richtig geil aus und Leute alles in Top Qualität Mala das ist echt voll die krasse Qualität Playstation darf nicht fehlen hier werden krasse FIFA Turniere veranstaltet also falls ihr auch alles für euer Haus oder eure Wohnung extra design lassen möchtet dann kann ich euch gerne auch von Innark Studio die Seite in die Infobox reinpacken dann könnt ihr natürlich mit denen in Verbindung kommen und alles nach euren Wünschen natürlich gestalten diese Lampen sind richtig krass Leute die haben extra so eine Fernbedienung damit man das an und aus machen kann das was ich in dieser Wohnung schon unnötig finde ist dass wir vier Badezimmer haben also vier WCs zwei Badezimmer und zwei WCs hier ist ein Gäste WC hier so Gäste WC hier ist ein Gäste WC hier ist ein Gäste WC also ich wahrscheinlich werde ich seine Spiel Ecke halt hier machen und das Bett wird dann gleich gegen kommen je nachdem also ich kann mir die Masse grad nicht so richtig vorstellen aber er hat schon eine große Spiel Ecke zu Hause gehabt und das möchte ich hier schon beibehalten genau diese Zimmer ist halt noch komplett leer wie gesagt das sollte der Spiel für den Kamin da vorne sein Babam burası senin oda ne olacak ja burası Ayaz Matas Buraya bir sürü oyuncak getireceğiz tamam Ayaz Adan Ayaz Bak burası senin tuvaletin burası senin duşun tamam mı hıh anlaştık ja Ayaz burda chup chup yapacak değil mi ja ja çok güzel burası willkommen direkt zum direkt gehen über Gäste WC genau ich finde hier die Schufra so richtig geil ich werde das extra so voll machen dass die Gäste dann halt direkt das wenn wir hier sind weil wir werden wahrscheinlich auch viele Gäste haben Duschkabine Regendusche ist auch richtig groß hey die Dusche ist glaube ich größer als unsere im Badezimmer äh im Schlafzimmer kann sein ja ja everything looks really pretty genau das ist unser angefertigtes Zimmer soo hier die ganze Schränke Leute diese Schränke wenn ihr euch erinnert unser Schlafzimmer hat so eine Dachschräge wurde extra dafür so angefertigt aber ja jetzt stehts so da aber irgendwie passt das voll in dieses Zimmer finde ich das sieht irgendwie voll so krass aus hier die Lampe wieder richtig schön also wir hatten hier auch noch zwei Sessel die sollten eigentlich in unser Schlafzimmer rein ich finde die Staffel so schön die die uns ausgesucht haben ne wirklich und das wird dann halt auch so Schmuck äh Uhren passt im Ding hier müsste noch eine Platz drauf kommen so eine Glasplatte die erste Uhr ist schon drin also hier diese schöne Kommode wie der Schirm genau hier haben wir noch so eine Kommode hier haben wir ja auch so ein zwei Sachen schon reingepackt aber wie gesagt unsere Sachen müssen hier überhaupt noch ankommen aus Deutschland weiter gehts aber hier ist eigentlich auch voll viel Platz hier kann man auch eine Kommode rein machen Brustmesser voll durchschaube ja hier kann ich meine Unterhosen hinstellen wenn da eine Kommode steht dieser Teil hier gehört eigentlich auch zu unserem Ankleidezimmer aber erstens da gab es keinen Platz und zweitens haben wir in unserem kleinen Abstellraum aus dem Regal beziehungsweise so einen Schrank gebraucht ja dieses Zimmer rettet alles Leute so einen kleinen Abstellraum ja wir tun da später unsere Kaffee noch drauf so nächste Master Badezimmer hier ist schon nass Tunja hat gerade eben geduscht ja was geht ab Leute hier WC wieder wir haben zwei Waschbecken sieht eigentlich exakt aus wie drüben nur halt etwas größer Leute unsere Freunde die sind so süß einfach ne wir haben schon so mehrere Sachen einkauft auch so Seife, Shampoos damit wir halt so die ersten Sachen haben wenn wir hier reinkommen ja also richtig cute genau das ist unser Bett Halbbett Geriata ja also das ist eigentlich nur eine Matratze Leute aber das sieht halt aus wie so ein Bett aber irgendwie hat das was dass das so unten ist wir haben uns schon darüber unterhalten ob wir das nicht einfach so lassen das ist irgendwie voll geil aus wenn das so unten ist hier ist Ebru Schminktisch genau ich werde mich da gleich auch schminken dieser Stoff ist so geil ja also sogar das wird extra angefertigt diese Leiste, Bettleiste allein die Leuchten finde ich richtig geil die Sachen die da daneben sind wir haben hier so ein Daybett ja diese Lampe ist richtig heftig Leute war das nicht für Dinger auf uns mal gedacht das sind so Sachen ne wir haben einen Plan gehabt wo was hinkommt auf andere kommen wir hier rein alles voll umgestellt so ja alles ist irgendwo anders aber alles sieht trotzdem richtig geil aus den Teppich finde ich richtig schön hier kommt noch mein Spiegel und so also es fehlen echt noch einige Sachen das Haus sieht noch ein bisschen leer aus also das äh ja irgendwann müssen noch Bilder aufgehangen werden Spiegel und so weiter ja das alles kommt noch genau wir haben dann unten noch so ein Lager sag ich mal wo gerade unser Büro drin ist unsere Küche ah genau unser komplettes Büro also wir hatten ja zuhause hatten wir ein eigenes Büro so extra ein Zimmer dafür hier gibt es leider keinen Platz mehr für dieses Büro aber deswegen werden wir noch ein weiteres Zimmer anmieten hier in diesem Gebäude und das wird dann unser Büro Leute das war eigentlich das schönste Zimmer ey das Büro das sieht so geil aus Leute aber das zeigen wir euch später wenn das fertig ist ich freue mich einfach am meisten irgendwie auf das Büro keine Ahnung weil dort liegt die ganze Arbeit wie das vielleicht ja ich werde einfach so ein extern so ein Büro haben wo ich dann so zur Arbeit gehe und so es wird schon heftig hier ja das war es eigentlich wie findet ihr die Wohnung Leute kommentiert mal fleißig ob ihr das feiert diese Wohnung oder nicht ah wir haben Dinger nicht gezeigt Balkon also die Aussicht haben wir euch noch nicht gezeigt die Aussicht ist eigentlich von überall aus richtig heftig aber ich zeige euch mal unseren Balkon wir sehen einfach das Meer wir sehen halb Istanbul wir sehen die Brücke wie diese nachts leuchtet und so richtig krass ihr seht ihr selber Leute Leute das kommt im Video gar nicht so heftig rüber live das ist einfach richtig krass Wallah das ist einfach richtig krass hier unser Balkon ist eigentlich auch schon recht groß da ist der Rams Park ey ich freue mich sogar hier auf die Storys ich schwörs ich fühle mich wie in Dubai grad einer der wichtigsten Themen für uns war auch ihr habt uns voll bombardiert mit dem Thema Erdbeben dass in Istanbul bald ein heftiges Erdbeben stattfinden wird Leute wir wissen das deswegen haben wir uns auch darauf eingestellt deswegen haben wir auch diese Wohnung genommen deswegen sind wir hier diese Wohnung ist komplett erdbebensicher also der Boden hier von diesem Gebäude ist auch auf einem Gebirge das heißt sehr 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 fest sehr stabil es kann gar nichts passieren Leute ja wir haben einen sehr festen Boden wir haben keine Angst ihr braucht keine Angst da darfst du jetzt nicht lügen ich habe schon Angst Leute es kann nichts passieren keine Sorge also ihr habt ja gesehen wir sind ganz oben und aber wir haben uns natürlich schlau gemacht wir haben uns nochmal alles angeschaut wo das Erdbeben ungefähr stattfinden wird welche Orte halt richtig sicher sind welcher Boden sehr fest ist und wie die Gebäude gebaut worden sind diese Wohnung beziehungsweise diese Komplexe oder Aparten was auch mal in der wir sind es ist nicht nur auf Papier Erdbeben sicher das kennt man ja auch irgendwo in der Türkei das ist wirklich das wurde wirklich mit so einem System gebaut und das besteht komplett aus einfach komplett ein Stahlkonstrukt genau also kein Betonbau oder so es kann gar nicht in einem so zusammenbrechen Allah korusun ja die Geldsteine wo Jüksäglich denn du schmeckst immer es kann nichts passieren Leute auch wo der Kindergarten von Ayazes zum Beispiel zieht mich auch keine negativen Dinge an wir haben es verstanden Leute wir wissen wir wissen Bescheid aber es kann nichts passieren ja und Tabi in Allah auch der Kindergarten zum Beispiel von Ayazes da haben wir auch nochmal gefragt die meinten halt bei dem letzten Erdbeben haben die noch nicht mal was gespürt gehabt weil der ist sogar noch auf einem sicheren Dings also wir sind wer sich in Istanbul ein bisschen auskennt wir sind nicht direkt am Meer bei Besiktas bei Eminönü und so weiter da sind wir nicht das ist schon komplett weit weg von hier wir sind eigentlich schon ein bisschen außerhalb der Stadt also die Stadt liegt ja genau komplett vor uns wir sind so weiter oben Richtung Sarje und hier ist komplett das Gebiet eigentlich schon etwas ich sag mal erdbebensicherer als die ganz anderen Orte ja darauf haben wir schon geachtet ja wir haben uns schon informiert das Kindergarten ist sogar noch weiter oben so 10-15 Minuten fährt man noch weiter nach oben da ist komplett alles sicher wir sind jetzt nicht einfach hierher gekommen so oben zu und durch scheißegal erdbeben hier und da passiert schon nichts Leute diese Wohnung hat schon auch seinen Preis wirklich seinen Preis aber das war uns halt wirklich egal Hauptsache wir fühlen uns irgendwo auch sicherer wir wissen dass es irgendwann passieren wird es kann auch halt wirklich im nächsten Moment passieren aber auf jeden Fall Leute das war unsere Wohnungstour habt ihr noch Fragen wenn ihr Fragen habt könnt ihr gerne die Fragen in den Kommentaren stellen und dann werden wir wahrscheinlich noch irgendwann so ein Q&A drehen hier aus Istanbul also sammelt die Fragen schreibt sie in die Kommentare wir werden auf Instagram dann wahrscheinlich auch nochmal so einen Fragen-Sticker erstellen wo ihr die ganzen Fragen reinballern könnt deswegen folgt uns auch auf Instagram wir werden jetzt ganz ganz viel Content hier aus Istanbul weiterhin auf Deutsch natürlich drehen es geht richtig spannend weiter also bleibt dran wir treffen uns jetzt schon direkt mit unseren Freunden genau am Meer sollen wir den ersten Tagen vloggen? wollt ihr das? weiss nicht die drei kommen jetzt zu spät ja ja die wir haben uns dann auch noch mal ein paar Punkte komm wir vloggen den ersten Tag dann habt ihr ok wir müssen sein wir sind folgt die Ferran hadi ciao va spett w w w w